Ja, kann er gerne machen. Ich freue mich über viele SSW-Wähler. Hier steht, ich folge Ihnen und irgendwie finde ich es gut, dass Sie im Bundestag sitzen. Ich finde es auch gut, dass wir im Bundestag sitzen und der SSW dort vertreten sind, weil wir die Stimme der Minderheiten und des Nordens sind. Leicht zu erraten, Sie sind wieder in Berlin. Warum leicht? Weil Twitter wohl voll ist von MDB, die uns unnötigerweise an ihren DB-Bahn-Problemen teilhaben lassen. Na, da muss ich recht geben. Wir sind viele Kolleginnen und Kollegen, die uns über die Pünktlichkeit der Bahn auslassen. Ich denke nicht, dass das unser Problem ist, sondern das der Deutschen Bahn. Im Bundestag wird über die Verkleinerung debattiert und ist dabei nur die Hälfte gefüllt. Ja, der Bundestag ist nicht immer gefüllt. Gerade ich als Einzelkämpfer kann mich nicht zerreißen. Ich habe sehr viele Termine, Besuchergruppen, Gremiumssitzungen. Und deshalb sitzen wir auch nicht immer auf unserem Platz. Aber Sie können sich sicher sein, wir schuften und arbeiten hier in den anderen Gebäuden und Räumen im Reichstag.